So, moin moin. Wir gucken uns das neue Video von Sandra Hugo an. Ich sehe aus wie ein Schwein. Sascha, ich erkenne ihn gar nicht mehr, Bruder. Ich sag dir so, wie es ist. Sascha ist dieser eine Kollege, Bruder. Sobald der eine Scheide auf dem Sofa sitzen hat, Bruder, du hörst nichts mehr von dem. Nichts. Einfach verschwunden, Digga. Das ist dieser eine Freund. Lasst euch von ihm nichts anderes erzählen. Er hat mir bei WhatsApp, WhatsApp geschrieben und so, Bruder. Weiß hier nichts von. Hast du ihn wie die Pest? Oh, das kam vom Herzen. Need for Speed, Digga. Äh, Need for Sleep. Hast du dein Mikrofon in der Hosentasche? Was läuft, was läuft. Willkommen zum nächsten Video. Okay, zweites Bar. Oh, ah. Was sehe ich hier? Wieso wird da so rausge... Was? Für Miki war das Video sehr unangehendig zu schauen, Digga. Gefühl muss also gefühlt eigentlich direkt offline gehen. Das ist, äh, das ist das? Hier? Ja. Oh, ah. Sie hat die Anna noch gar nicht gesehen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ich das beim Megapack-Opening... Ich esse Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Salat. Ich kratz vom Schnitzel die Panade, dafür bin ich mir zu schade. Ich ess Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Gemüse. Yeah! Ich ess Fleisch, nur noch Fleisch, niemals Salat. Guck, spülen soll ich nicht. Es ist health-in-Unden-Unden-Unden-Unden-Unden-Unden. Herz-in-Unden-Unden-Unden-Unden-Unden-Unden-Unden. Bilder von mir, die so aussehen. Ich will wissen, ob ich da irgendwas nachempfinden könnte. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Bruder, schwierig. Nee, nicht so, also. Nee, es ist einfach so, nee. Würdet ihr fühlen? Macht mal mehr Bilder von mir, die so aussehen. Ich will wissen, ob ich da irgendwas nachempfinden könnte. Bruder, dann doch lieber das erste Bild. Ich such ne Frau. Ich will ne Frau, die mich fliegt. Teletubby. Der moderne Teletubby. Wo hat ich schon mal geregrolt? Irgendwann im Stream? Ja, habt ihr einen Clip? Schick mir den mal. Ey, was für ein super Mod bist du denn, Dominik? Zeige mal. Einfach so, das ist einfach so parat, oder was? Das ist direkt mal hier auf den Desktop. So, dein YouTube-Video? Das will ich mal sehen. Oh no. Oh no. Es ist mir noch nie passiert, im Übrigen. Oh no. Oh no. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Sch***. Nein. Was ist da mit der Kacke? Was passiert? Nein, nimm die Abkützung. Verlieh. Lieh. Nein. Verdammt. Fahr einfach nicht hinter die Air, die fahren die Volley zu tief. Drei. Und noch was? Ich steh den für Kack. Alles gut, mir geht's gut. Ja. Kein Problem. Okay. Warum so lange? Oh no. Sobald weitschum passen, Papp, trinken, frisky, kein Scharpus und Flaschen-Sekt Sieht aus, als hätte ich mir in die Hose geschissen, so kann mich doch keiner ernst nehmen Guten Abend Guten Abend Wir brauchen Blutgruppe A sofort, Blutgruppe A A Welches Wort haben Sie gerade verwendet, was ist durch die Luft geflogen? Ein Dox Was? In welchem Zorn kommen Sie bitte auf dieses Wort jetzt, Herr Hurt Suchen Sie die Provokation, und wenn Sie mich provozieren, Herr Hurt, hast du Glück, und Sie haben es geschafft, Herr Hurt Die dummer, volle S*** Nix Nutz Hier rechts in der Flat, 100 Meter, gib Gas, gib Gas, gib Gas Oh, ich hörst den Mixer jetzt Panzerteil Okay, okay Ja Karsten? Ja bitte? Du schraubst deine Lottsteiger runter, und ich bin kein Panzer Okay Gute Nacht Meine Mom war mad, weil ich schrei, Bro Wirklich? Ohne Scheiß, die Panzerzeiten bei Karsten waren so legendär, Digga Ja, soll ich dir was zu essen hoch? Nein Was hast du denn da? Hast du Mettwurst da? Naja, klar Das Schwein Genetisch ist es uns sehr ähnlich Das Schwein macht Seh ich aus wie ein Schwein, ich seh aus wie ein Schwein Hier, Sascha Leberwurst ist es, Mettwurst Sascha, das kennst du gar nicht mehr An alle Veganer Ist nicht halal, Digga Trinken, ich hab alles da Menschenskind, ich trinke Wasser Hüte einfach Das ist wieder das Letzte, du bist nicht mein Sohn Ich hab keinen Umschneid Du, ich hab das nicht nötig You never seem to call me lately Da hat er mal einen hinten rein gekriegt Weiß ich nicht, muss das Haa Ja, hast du als Profil willst Bruder, weiß nicht, ob das sein muss Brrrr, Gedanken raus aus meinem Kopf, Digga Hast du ein Hund? Äh Ne, das bin ich Was? Das bin ich Wie, wo? Wie bist du das denn? Das bin ich Wie das bist du? Das nennt meine Haare Ach, das sind Haare Oh mein Gott Ich seh das nur ein kleines Das sah aus wie ein Brudel oder so Ja, Digga, es rauscht wie Scheiße Es ist mir sowas von Scheiße, Digga Das ist rauscht, Digga Dann verp*** ich aus dem Leistungsstück Scheiße, Digga Eines rauschenden, rauschenden, äh Montes Tisch mit 3 Euro Wenn wir heute Ach, Bruder Das Schlimme ist, wenn er das wieder in seine Videos mit reinnimmt Dann nennen die Leute wieder sowas Die Zeit ist vorbei jetzt, Mann Ein Hobels, bitte mich nicht wieder nass machen, danke Am liebsten spritze ich ihm stehen ab Das heißt, ich stehe immer genau so und spritze in diese Richtung Bruder, komm, lass gut sein Äh, Montes Schlong mit dem 5er Freue mich schon auf später, mein Süßen Wird Zeit, dass du mich mal wieder richtig durchknähte SPS vergiss Den fehlten Monitor nicht Vergasst du dich Vier Bildscherben mit vier Point Gleichzeitig Ne Dafür traue ich auch immer noch drauf, Digga Ehrenwerter, Bürger der Bundesrepublik Deutschland Hehehehe Hallo Äh, ich hätte gerne einmal den Grand Barbecue Bacon Ne, den Grand Barbecue Bar- Oh Tut mir leid Der guckt schon viel zu lange in mein Auto rein, der hat mich erkannt Ey, verrufst es mal Guck mich gefälligst an Drei Uhr Es ist 3.53 Uhr Es ist vier Ersinnungser-Aktik You will be AAAAAH HaaAAha Haah Haah AAAAAAAH Ha aAAAAH Ha aAAAAH Hat jemand eine Uhrzeit? Okay, weil nämlich auf dieser kleinen Uhr hier können wir eine Uhr eingeben Warte mal, vielleicht ist es 18.76 Uhr. 18 Uhr... 18.76 Uhr. Ja, ich versteh, ich hab nur diesen Affen mit den Dingern, ich versteh gar nicht was da los ist, Alter, was ist das? Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Passt das alles so vom Ton? Ja. Alles normal, du hast keine Probleme mit meinem Ton. Nein. Aber, weißt du, ich bin Trimax und ich muss rausgehen, weil dein Mikrofon zu schlecht ist. Ah. Kannst du ganz dicht, geh mal ganz dicht an dein Mikrofon ran. Ja, besser. Nein, ohne Witz, dein Mikrofon liegt im Nebenraum. Dein Mikrofon ist nicht verbunden. Wir kriegen uns hier gleich richtig in die Haare. Bist du wirklich Trimax? Ich bin Trimax, aber ich kann dich nicht hören. Hast du dein Mikrofon in der Hosentasche? Nein. Wo ist dein Mikrofon? Dein Mond. Dein Mikrofon liegt in der Küche und ist ein USB-Toaster. Bleibst du noch lange, dann baue ich mir noch... Sozialhilfe. Baue ich mir noch ein? Was baust du denn? Krass, wie gelenkig. What the fuck? Ich kann doch nicht mal meinen Fuß auf mein Knie legen. Okay. Da ist die Monatsmiete wieder mit bezahlt. Perfekt. Perfekt. So, warte mal. Ich muss einmal ganz kurz in Twitter reingehen, Digga. Und ein Clip von Trimax. Dieser Clip, Digga, ist so legendär von Trimax. Es geht jetzt schon in die Analen ein. Chef Strubel, geschätztes Vermögen und Einkommen. Also, ich kenne Trimax jetzt auch einen Augenblick. Und er ist immer so ein auf lieb, politisch korrekt. Aber Bruder, da ist mal die Drecksau in ihm rausgekommen. Chef Strubel, geschätztes Vermögen, 13.000 Euro. Chef Strubel, geschätztes Einkommen, letzte sieben Tage, 51 Euro. Hey, der Typ, der die Seite gemacht hat, ist einfach geil. 51 Euro. In einer Woche. Hey, wer lädt sowas hoch? Wer lädt sowas hoch? Sehr sympathisch. Sehr sympathisch, Digga. Ich habe Trimax noch nie so herzhaft lachen sehen. Ciao, Mann.